Es geht von der Skyline zum Bordstein zurück, siehst du unsere Welt, wie sie niemals stischt. Meine Freunde, wie heißt der Song von Kapi? Ja, Kapital Bra und Pano, okay, alles klar, let's go. Pano, gib ihm an. Uff! Brrrr! Dubai lebt, Brata. Warte, ich mach's nochmal kurz zurück. Wushidos Ego ist gefickt, weil er keine Klicks hat. Naja, guck mal, letztendlich, das ist halt auch nix, wo ich mich jetzt aufregen würde, dass es halt wirklich, das hört man kurz, okay, das war's dann auch schon. Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt überhaupt nix, Alter, wo man irgendwie denken muss, oh mein Gott und so, er hat's mir gegeben. Und jetzt sitze ich hier und denke mir so, okay, Alter, was mach ich jetzt und so, überhaupt gar nicht. Die Line ist gut. Naja, das ist Geschmackssache, natürlich, absolute Geschmackssache, aber alles cool, Alter. Ich bin nicht mehr, doch ich baller los. AK-47, AK-AK-47, Bra-Musik, Bandenkrieg, AK-47, weil wir bei Banner-Bar wie Alaba schießen. Bra-Musik, Bandenkrieg, AK-47, AK-AK-47, AK-AK-47, Bra-Musik, Bandenkrieg, AK-47, weil wir bei Banner-Bar wie Alaba schießen. Bra-Musik, Bandenkrieg, AK-47. Wer hat KP gemacht, Bratan, ich erklär dir auf, Schnelle. Wer war Rapper, Mittwoch und der war hier Baustelle. Unsere Jungs waren auf Selle, ihr müsst euch bedeckt halten. Ihr kriegt Bremsstreifen, Bratan, aber nicht vom Bandstreifen. Sechs Jungs mit sechs Eisen reingehen und nicht reden. Wir ficken Leben wie hochrangige Schämeisen. Darauf kannst du Gift nehmen, dass wir alle mitnehmen. Junkies gehen schießen, wenn wir Kapseln auf den Tisch legen. Was denkst du, wer du bist, nur damit ihr wisst. Wir sitzen lieber Knast, als mit euch schwätzen am Tisch. Wenn nicht mehr läuft, gehen wir 83 Guli heben. Kommen wir in den Raum, müssen deutsche Rapper russisch reden. AK-47, AK-AK-47, Bra-Musik, Bandenkrieg, AK-47, weil wir bei Banner-Bar wie Alaba schießen. Bra-Musik, Bandenkrieg, AK-47, 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 AK-AK-47. Bra-Musik, Bandenkrieg, AK-47, weil wir bei Banner-Bar wie Alaba schießen. Bra-Musik, Bandenkrieg, AK-47. Ja, na gut. Bandlin weiß, nein Brudi, wir hören uns jetzt hier nicht noch unendliche Kapi-Songs an. Guck mal, das Thema Kapi ist halt auch einfach so ein Ding, guck mal. Der Punkt mit Kapi ist folgender. Ich hab's auch schon bei Peter im Podcast erzählt, aber ich kann's ja jetzt auch nochmal kurz ansprechen. Kapi ist damals von, wie hieß das Label davor? Wie hießen die denn, Mann? Kuku, Dankeschön. Dankeschön, Deja. Und dann ist er zu mir gekommen, zu uns gekommen. Ich war mit Aschraf und Samra am Start schon. Kapi ist dazugekommen und er war schon wirklich erfolgreich. Das Problem war, er hat aber sein ganzes Leben, das hat er heute natürlich auch nicht, aber damals, er hatte sein ganzes Leben nicht auf die Reihe bekommen. Er hatte kein Bankkonto gehabt, er hatte keinen Steuerberater gehabt. All diese wirklich wichtigen Sachen, die du erstmal brauchst, bevor du dann draußen im Internet und überall halt einen Harten machen kannst, musst du dich erstmal um diese Sachen kümmern. So, dann bin ich mit ihm zur Bank gegangen, hab ihm das alles organisiert und so weiter und so fort. Er wollte unbedingt bei der Sony raus, er hatte noch ein Deal gehabt bei der Sony, musste noch ein Album abgeben und so und dann hab ich mit denen gesprochen. Ich war ja selber bei der Sony, hab dann parallel mit Universal verhandelt. Ich war sein Manager, ich hab einen Managementvertrag mit ihm und hab das dann geklärt für die Sony, hab das dann mit Universal geklärt. Ich hab die ganze Albumabwicklung gemacht und so, die Songs angeliefert, all die ganzen Sachen gemacht, Steuerberater kontaktiert. Ich hab mir einen Anwalt besorgt, der hatte damals auch so ein BTM-Verfahren gehabt, der war auf einer Clubshow, ich glaub in Bayern. Dann hat er nach der Show das Mikrofon mitgenommen aus dem Club. Okay, ist jetzt erstmal nichts Schlimmes, aber es ist halt Diebstahl so und der Veranstalter hat das angezeigt so. Die Polizei ist gekommen, er war dann mit dem Mikrofon in seinem Hotelzimmer, Polizei kam, hat Razzia gemacht und haben dann auch Drogen gefunden. Ja, und in Bayern ist es erstmal, es ist überall jetzt nicht so spaßig, Bundesländer, da passiert wahrscheinlich überhaupt nichts. Aber in Bayern ist es halt nicht so klug, weder das Mikrofon zu klauen, noch halt irgendwie mit Drogen dann erwischt zu werden. Ich hab ihn dann Anwalt organisiert, der hat das dann dort geklärt in Bayern für ihn, hat das alles vernünftig geregelt und so, alles war cool. Dann hat er den Deal bei Universal bekommen, ich hab den für ihn klar gemacht, er hat unterschrieben. Ich hab dann auch nach langer Zeit mit Neffi wieder zusammengearbeitet und hab dann die erste Single vorbereitet. Das war, glaub ich, Benzema, war glaub ich die erste Single dort und da hat er nur sogar noch bei mir im Wohnzimmer noch gedreht, wenn ihr euch erinnert. Video gedreht und sowas alles, ne. Abgesehen davon, er hat Orkan Geisel genommen, er hat Orkan extrem, ich will das hier nicht sagen, aber Orkan hat viele dumme Sachen in der Zeit gemacht, die er ohne Kapi nicht gemacht hätte. Und dann Song abgegeben, Video abgegeben, ja, hat sich irgendwie sein, ich hab ihm die YouTube-Agentur auch geklärt, hat einen guten Deal bekommen, alles cool gemacht und hab den Song abgegeben bei Neffi für den Freitag. Und ich glaub, am Montag oder Dienstag davor saß ich halt bei mir zu Hause, ich war verabredet mit Neffi wegen des ersten Releases und haben das dann besprochen und dann sitzen wir da zusammen und auf einmal krieg ich so eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht von dem damaligen Nike-Chef. Meinst du, was ist denn da los bei euch und so? Und dann hat dieser Hund einfach dieses komische Video da veröffentlicht, ohne dass ich davon was wusste. Ich wusste nichts davon. Und das ganze Video, was er da gemacht hat und was er dort behauptet hat, es ist einfach von vorne bis hinten stunken und erlogen, ja. Erstmal, ich hab niemanden dort angeschissen, ja, er hat behauptet, du hast Aschraf angeschissen, du hast Waisel angeschissen. Aschraf ist noch bis heute einer meiner besten Freunde, ja. Ich küsse seine Augen und ich hab einen sehr guten Draht immer noch zu Aschraf und ich hoffe, das wird immer so bleiben. Da ist nichts mit anscheißen oder sonst irgendwas, ja. Und er wusste ja auch ganz genau, was damals auch hinter den Kulissen passiert ist. Und es gibt auch WhatsApp, ich hab einen ganz krassen WhatsApp-Nachrichtenverlauf, man leagt sowas nicht, deswegen mach ich sowas nicht, ja. Aber ich kann echt nur so viel sagen, also wenn ich das posten würde, was der mir da damals geschrieben hat, im Wissen, was gerade passiert ist. Und wenn ihr euch dann überlegt, was er dann da in diesem komischen Video da behauptet hat, das ist einfach wie Sonne und Mond. Ich wusste davon überhaupt gar nichts, er hat das auf eigene Faust gemacht. Er ist halt einfach so eine linke Ratte, er hat gelogen von vorne bis hinten. Keine einzige Behauptung aus diesem Video stimmt, keine einzige. Und er wusste das auch, er hat das mit Absicht gemacht, der Junge hat den Hals nicht vollbekommen und dann ist die Reise losgegangen. Und das, was er heute macht, ja, jetzt sind ein paar Jahre vergangen, das, was er heute macht, wie gesagt, es gibt dort eine Auseinandersetzung zwischen ihm und seinem Manager, seinem ehemaligen Manager, mit dem ich, wie gesagt, auch sehr gut befreundet bin und ich habe wirklich mitbekommen, was da passiert ist. Und ich kenne einige Sachen, die er sich geleistet hat und auch Mails, die er auch sozusagen da dem LKA geschrieben hat und sowas alles. Und das ist eine ganz andere Ebene. Das ist was ganz anderes als die Geschichte mit mir. Und dort gibt es keinerlei Vergleichsmöglichkeit. Und der Junge ist der absolut, egal, ich will das hier in diesem Twitch-Stream nicht so erzählen, wie ich es eigentlich gerne wollte, weil dann wäre der Kanal, glaube ich, weg. Und zwar sowas von. Du bist doch selber ein Zinker. Bro, ich bin kein Zinker, aber darüber, darauf gehe ich gar nicht ein. Weißt du, eure Zinker und 31er-Witze könnt ihr euch wirklich, wirklich quer da hinten reinstecken. Könnt ihr gerne alles machen und alles behaupten. Da habe ich gar kein Problem mit. Könnt ihr euch frei fühlen. Das juckt mich nicht die Bohne. Deswegen juckt mich auch Karpi heute nicht die Bohne, weil das, was er damals gemacht hat, das wird er auch immer wieder machen. Das war nur eine Frage der Zeit. So, die Leute, mit denen er das gemacht hat, die haben das nicht verdient. Definitiv nicht. Aber ey, es ist mir auch vollkommen egal, was der Junge macht. Weißt du, soll er machen. Guckt ihn euch an. Alles gut, Bratan. Ich grüße deine Augen, Alter. Alles cool. Bis zum nächsten Mal.